Hallo Leute, ich willkommen zu einem neuen Video, ich bin jetzt mal wieder euer Auktionslot und mit dabei ist der Allerechte, äh, Dings, Jamush 1,2,3, sag mal was. Und heute machen wir die nur Fisch gegen Challenge, also heute machen wir die Challenge, wir dürfen nur Fisch Spot Loot nehmen. Und ja, letzte Folge hat er ja gewonnen leider, könnt ihr gerne abschicken oder vielleicht kommt dieses Video zuerst mal sehen. Und auf jeden Fall Leute, bis gleich in der Runde, ciao Leute, bis gleich. Leute, da hat er recht, das ist der beste Ort für diese Challenge, natürlich hier bei Salute Lake in der Mitte. Ja, da können wir auf jeden Fall gut landen, würde ich sagen, let's go Leute. Und ich hab den perfekten Skin für die Challenge, oder? Ja, mein, let's go. Was? Ja, eigentlich bin ich ein Kannibal, da hast du recht. Aber das ist nicht nur in Fortnite, sondern auch in Minecraft. Spaß. Nein, weißt du, hab ich... Ba, äh, nein, ich hab mich ungesloten, vielleicht ist ein Ba. Ekelhaft. Guck, hier sind die Fischboxen, die wir nur looten dürfen. Ja, aber wo ist jetzt hier noch Angeln? Ja, das müssen wir mal gucken, wo hier Angeln sind. Angeln, Angeln, wo bist denn du? Ey, aber Splashies, die hier so rumliegen, so Splashies, dürfen wir auch benutzen, okay? Und Fische. Und Munition sowieso, Max. Nice. Also guck hier, das darf ich auch mitnehmen, okay? Saufpacks. Also, Healing dürfen wir nicht mitnehmen, aber Saufpacks, okay? Aber, ey, ich würde Healing nur auf die Fische. Okay. Also, ich würde jetzt sagen, die Fische dürfen unser Loot entscheiden. Also, wenn wir einmal durch Fische angeln, oder mit Zahnfaden machen, dürfen wir nicht mehr denken, oder im Fahrwechsel durch angeln. Aber zum Beispiel jetzt, das darf man nehmen, komm her. Und Klomberg, würde ich sagen, darf man auch nehmen und so. Und Saufpacks auch, okay? Ja, ich hab schon mal ne Harpune. Ja, wow. Schön für dich. Guck mal, dürfen wir doch mitnehmen, um Giga aufzudecken, oder? Ich bin tot, Digga, du spust. Bro. Ich hab keine Gewaffne, ne? Ich brauch gar Harpune. Gut. Oder was soll ich machen? Oder ich muss weg. Nein, ich verpiss mich, sorry. Wo sind die? Komm zu mir, komm zu mir. Wir sind im Wasser. Ich weiß, ich weiß. Digga, soll ich nicht so abfacken sein? Ja gut, wie soll ich dich jetzt? Komm her, komm her, an Land, komm her, an Land. Ja, ich bin am Land. Okay, gut. Trag mich weg, renn weg. Warten wir schon, schaffen wir. Let's go. Oh, fuck. Okay, gut. Ich muss schnell landen, schnell landen. Ja. Nein. Schnell, 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 schnell. Nein. Digga, eine Millisekunde. Kennt ihr an, darfst du euch den gepumpt benutzen? Nein. Okay. Oder ich kann nichts machen, ja, ohne Waffe. Das würde ich sein, darf man benutzen. Bruder, die haben Pumps. Okay. Aber ich würde sagen, das darf man benutzen, um damit Gegengang zu scampen, okay? Oh, fuck. Digga. Ja, okay. Ja, fuck, Digga. Einfach eine mythische Truhe. Aber egal. Digga, wie kann man denn so abfucken? Perfekt, Digga. Nerv dich, Digga. Bitte, verpiss dich. Bitte, bitte, nerv mich nicht, Digga. Bitte, lass mich in Ruhe. Digga. Ich gehe jetzt so. Ah. Digga, Digga, die treffen uns sehr wohl, ja, die treffen uns sehr gut. Ich weiß ja nicht. Was, wenn du schielst, hab ich ne, Ding. Okay. Ja, von der Weg sind ja. Digga, es reicht mir hier mit den Typen. Ja, jetzt. Ich muss mir gar nicht kennenlernen. Ja, okay. Ich muss jetzt essen. Okay. Ja, jetzt, 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 jetzt. Okay. Let's go. Das sind Bonns, aber trotzdem. Die können Lucky Headshots geben. Ich esse jetzt meine eigene Familie. Ich esse mich selber. Guck mal, hier. Das ist der dreckige hier. Der dreckige Gegga. Du dreckiger Gegga hier. Ja, ja, ja. So, das darf er ja nutzen, Leute. Ja, er ist nach Kühl. Jo, wie? Pistel. Okay. So, Leute. Gehen wir mal nach der Hinten. Ja, ich hab noch keine Wasser so richtig. Zelt, kein Magnet. Nee, ich will nicht tun. Ja. Das habe ich zwar nicht geangelt, aber wir dürfen, würde ich sagen, benutzen natürlich Fische. Und Knobbeeren auch, würde ich sagen. Komm her. Knobbeere. Knobbeere. Komm her. Ich brauch unbedingt eine Harpune. Das macht keinen Bock, um die mit Angeln zu angeln. Auch wenn es Angeln heißt zum Angeln, aber egal. Harpune kann man besser. Jo, was hier passiert? War hier Herr Lama oder was? Ich glaube hier... Ich glaube hier war Herr Lama. Sorry. Ich glaube hier war wirklich Herr Lama am Werk. Drei Flopper. Ey, guck mal was hier ist. Ey, fuck, das ist nervt. Ja, das ist gar nichts. Okay. Ey, guck mal. Shockwave sind keine Waffen. Würde ich... Darf man doch benutzen. Mit Shockwave kann man ja auch niemanden killen, weißt du? Ist mir egal. Ich benutze die Shockwave. So, ich angelegs hier. Wow. Ich bekomme nicht meine Waffe. Ja, okay. Warum bin ich so dumm? Aber ich bekomme nicht mal Waffe. Ich habe nicht mal Max gefahren. Ja, aber ich habe Max. Perfekt. Ich war einfach nur Harpude. Was? Weil ich die Harpude suche. Ist mir egal. Ist eh genug killing. Ist eh genug killing. Ja, eigentlich war eine Harpude, Junge. Was soll ich wegwerfen? Rock and Reels. Rock and Reels. Rock and Reels. Okay. Ja, ja, ja. So. Was soll ich check 7, Leute? Ich weiß nicht. Ist mir egal, Leute. Wir machen das so. Ja, okay. Das war ein bisschen dumm, was ich hier gemacht habe. Ich gebe zu. So, Leute. Aber wir müssen auch Angelsbox looten, weil ich darf hier nichts anderes nehmen, sonst habe ich keine Waffe. So, Leute. Machen wir es mal so. So. Let's go. Ich bin bitte noch irgendwo ein Affenspot. Was laber ich? Waffenspot? Nein. Wer heißt Angelspot? Bitte. Leute, gib mir ein Angelspot. Das ist drastisch aus. Das ist einer gut. Okay. So. Bam. Ja, warte, Leute. Wir machen das anders. Wieso? So. Gibt es denn für Materialien? Ah, nice. Warte, für den. Jetzt würde ich sagen. Let's go. Ab in die Zone. Leute, aber wir müssen. Wir, alle Leute, wir müssen jetzt hier, ähm, du, ne? Es ist mir egal, wer ich jetzt hier droppe. Wir müssen jetzt hier eine Waffe mit ihm, sonst haben wir gar nichts, außer der Harpune. Und, ja. Dürfen wir zwar Leute killen. Mit der Harpune darf man auch nicht killen, oder? Was? Ich weiß, ich weiß, ich weiß schon lange, haben die Leute doch immer erst Video gesehen, oder? Aber, ja, ich darf mal mit Harpune Leute killen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht. Ja. Ja. Okay. Gut. Dann mal keine Waffe. Okay. 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 Ich weiß, wer hat, äh, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich bleib hier. Ach, nee, ich war ein Rahmen. Oh mein Gott, Leute, Gamechanger. Hier müsste noch ein Spot sein. Ja, nice, hier sind zwei Spots. Baba, wie ist sie? Ich, perfekt. So Leute, ich komme, warte, ich helfe gleich, ich versuch's. Bruder, ich hab wirklich keine Waffe, ne? Ja, ich glaub, die werden auch gestiegen. Ja, Heavy Sniper. Warum bringt nichts? Ich hab schnell, weiß ich. Okay. Ähm, was mach ich jetzt hier? Ich mach das so. Okay, ich mach's einfach so, Leute. Ich hab als Waffe jetzt eng schon mal die erste Waffe. Eine Heavy Sniper. Ja, gut. Ja, ja, Heavy Sniper zählt sich nicht. Ja, doch. Obwohl 15 Schüsse, doch. Also wir müssen jetzt wirklich campen wie ein Idiot. Campen wie ein Bananenkopf. Wir müssen jetzt kämpfen wie ein... Ja, ich weiß, aber wir müssen trotzdem campen und Leute versuchen zu snipen wie ein Aprikosenhelm. Ja, ich will diesen Fisch mitnehmen, Digga. So. Und gar, ich esse den Keks. So. Ich hab hier noch ein bisschen Leute, das bleibt mir. Oder wenn du ganz ehrenhaft bist, holst du meine Karte und zieht mich. Was hat das mit Ehren los zu tun? Achso. Kann man zumal. Ich weiß nicht. Warte kurz, ich guck mal, ob es da vielleicht eine bessere Waffe gibt. Aber ich brauch Harpune jetzt nicht mehr. Ach, guckst hier, vielleicht eine lila Waffe. Nein, okay. Schade. Harpune brauchen wir nicht mehr, oder? Glaub ich. Okay. So. Ja, okay. Das so machen wir. Digga, scheiß auf Harpune jetzt. Guck mal, ich kann hier... Hier ist kein Wasser, oder? Ne, ich kann nur umsuchen mehr angeln. Aber doch, ich könnte hier angeln. Aber egal. Ja, ja, egal. Scheiß auf. Ey, wenn ich gleich Zornkrankheit kriege, ich lasse raus. Von den 13 Minuten Video, habe ich um die 12 Minuten ohne Waffe gespielt. Digga, ich sterbe gleich. So. Das klaue ich jetzt mir egal. Ja, ja, ja. Ja, okay, ich geh dich. Warte, ich nehm das hier. Ah, ja, ja, was war ich hier? So. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, aber wieso ich will abhauen? Digga, hier liegt ein Shockwave. Kannst du nehmen? Ja, ich hab keinen Loot. Ich hab keinen Block, mein ich. Mein ich. Obwohl, wir schaffen das easy, oder? Ich schaffe hier. Oh, oh. Shit. Shit. Viel Saufpacks, gut. Nice, oh mein Gott. So, oh mein Gott, so ein Game Changer. Die Saufpacks hatte so den Hintergeräten. Oh mein Gott, ich bin wieder full. Okay. Digga, zwei Meter oder so. Tschüss, Gott, die Bauern schwingt da. Oh mein Gott, ich hab ihn gef... Ich hab seine Mutter... Spaß. Bruder, ich hab ihn so hops genommen. Pass auf, Fünfer... Fünfer-Ticks und gleich Zogenkrankheit. Digga, ich hab ihn so gesliped, diesen Schwitzer. Ich schütze ihn runter. Ich hab ihm so einen Headshot gegeben, Bruder. Ah, der ist ein Schwitzer, glaub ich. Der ist Profi. Okay, ich ziehe das, Snipe. Ja, okay. Zu schön, um wahr zu sein. Ey, wegenstiegs Snipe. Ja, okay. Ich kann dir leider nicht helfen, okay. Sorry. Kapude. Nein. Ich angle trotzdem. Ich muss noch zwei Kills machen. Habe ich null Kills? Ja. Der wurde safe wieder belebt. Guck mal, da oben. Ich zeig das gleich. Ich gucke es alle. Gut. Nice. Bist du noch ein Fisch oder eine bessere Pamp? Oder er... Ja, ist okay. Komm nochmal. Oder eine Pamp wieder. Oder... Ja, er brüchst dich. Komm schon. Gön. Ich muss weg, so oder? Digga, gön. Egal. Wieso? Oder ich muss raus hier. Bin tot. Wieso tot? Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Das war Zeitverschwendung. Obwohl, nee. Guck mal, hier oben siehst du diesen Turm. Da habe ich einen runtergesnipet. Also nein, ich habe einen gesnipet. Oh, ich bin ja noch ein Robi. Ich habe eigentlich selber gesnipet zu werden. Das ist gerade jemand. Ich wollte die runterschießen, aber die haben Rifts, glaube ich. Die sind nämlich geriftet. Oder welche anderen, die die gepusht haben, kann auch sein. So. Hä? Hier war gerade ein Rift. Hä? Da stand gerade ein Rift-Kauf oder so gefühlt. Hä? Ja, was mache ich hier? Ich camp jetzt hier einfach. Bruder, die Zone ist so klein. Noch sieben Leute leben. Ja gut, ich habe vier Flopper, zwölf Southpacks. Schnell mal falsch, gewinne einfach ein Heel auf. Also du musst noch zwei Kills machen, gell? Ja, ich weiß. Oder einfach gewinne. Oder epische Sieg. Ja, okay, war sie. Weiß nicht. Ich sehe aber auch keinen, ne? Campen die da oben, oder was? Nein, da ist doch niemals, oder? Mit der Sliper-Boot. Ja, ja, aber für Reichweite mit der Pamp. Bei Lutrup darf ich hier nicht. Aber egal. Ich bin doch Local Warrior, aber ja. Aber ich kann so schön im Busch campen. Ich muss eh gleich hier lang. Ich glaube, ich muss los. Ich glaube, ich muss los. Let's go. Ja. Ach, da kämpft die... Oh mein Gott, sie haben hier, oder? Da oben. Ja, ich glaube, hier und wo. Ja, da und wo. Wo sind die, diese Rattenberger? Die Pimpelberger, ja, wo sind die? Wo? Ich werde schon so gesnipet gleich. Ich will nur immer den Lutrup öffnen, vielleicht ist da ein Jump-Hit. Ist hier jemand? Oh mein Gott, wie viel? Wie viel Gäger leben noch? Vier. Okay. Ey, upgrade. Nein, nein, nein. Wieder zurück, wieder zurück. Darf man das hier nehmen? Nein, wieder zurück. Ich will es doch nur meinen Zuschauern zeigen, ey. Wieder zurück. Ja, okay, chill. Kamer. Warte mal. Zone, Digga. Ich muss hier auch rauskommen. Scheiß auf Blue Alive, weil... Ich sag dir ehrlich, ich brauch das für Kilo vielleicht. Obwohl, wenn die mich pushe. Ich versuche hier los, ja. Okay. Das ist diese guten Wände, die ich brauche. Scheiß auf 10er Ticks. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Scheiß auf. Oh mein Gott. Scheiß auf 10er Ticks. Was mach ich hier? Ja, okay, ich geb zu, du hast die Challenge doch gewonnen. Ja, okay, dann kannst du das anbauen. Ja, guck mal, warte mal. Ja. Stimmt, aber egal. Oh mein Gott. Ja, guck, du hast gewonnen. GG. Leute, gucken wir dir noch zu. Bruder, aber sehr knapp. Digga, die Runden, die Video geht 10 Jahre. Perfekt. Ja, GG. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Haut rein. Hab dich, tschüss. Willst du was sagen? Du kannst gucken, wenn du dir andersherum leidig kannst. Ja, abonniert hier auch oder abonniert. Also abonniert, ja, boah, ich 1,2,3. Bruder, hab dich, bro. Ähm, und sag, Bruder, und mein Schwister. Und hab dich, tschüss, ciao. Peace out, ciao.